Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Krankenkassen kämpfen gegen Betrug. Mit falschen Abrechnungen sollen zwei Frauen aus der Region Stuttgart mindestens 120.000 Euro erbeutet haben. Versicherer fordern Maßnahmen, um solchen Betrügern das Handwerk legen zu können. Schließlich sorgen sie im Gesundheitswesen jährlich für einen Millionenschaden. Zwei Frauen im Alter von 41 und 63 Jahren sollen Krankenkassen im großen Stil betrogen haben. Ihr Trick? Sie haben sich im Raum Stuttgart ältere Personen gesucht, die keine Angehörigen mehr haben oder deren Verwandtschaft nicht in der Nähe wohnt und sich dann als deren Betreuerin ausgegeben. Mit Vollmachten haben sie deren Pflegebedürftigkeit vorgetäuscht und die Auszahlung von Geldern beantragt. Bei mindestens einer Krankenkasse hatten sie Erfolg. Bislang beläuft sich der Schaden auf ca. 120.000 Euro. Ermittelt wird bis heute noch. Abrechnungsbetrug kostet viel Geld. Welche Krankenkassen betroffen sind, gibt die Polizei nicht preis. Grundsätzlich sind solche Maschen aber bei allen großen Versicherungsgesellschaften ein Thema. Korruption und Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen und im Pflegebereich würde die Patientensicherheit gefährden, sagte ein Sprecher der AOK Baden-Württemberg. Sie entziehen dem Gesundheitswesen wichtige finanzielle Mittel, die dann nicht mehr für die Versorgung zur Verfügung stehen kann. Alle eingegangenen Abrechnungen und Anträge von Versicherten würden daher sehr genau überprüft werden. Auch die Technikerkrankenkasse nimmt Vollmachten und Personalien besonders gründlich unter die Lupe. Besonders, wenn kein Verwandtschaftsverhältnis vorliegt, bestätigt ein Sprecher des Unternehmens. Die Masche ist hier auch nicht neu. Eine seriöse Einschätzung zur Aufdeckungsquote und zur allgemeinen Schadenshöhe könne man aber auch hier nicht machen. Bleibt der Betrug eine Weile unentdeckt, kann im Einzelfall durchaus eine fünfstellige Summe erreicht werden. Informationen zu einzelnen Fällen gebe man aus datenschutzrechtlichen Gründen aber auch hier nicht preis. Um schwarzen Schafen das Leben zu erschweren, arbeiten alle gesetzlichen Krankenkassen beim Thema Fehlverhalten im Gesundheitswesen eng zusammen und setzen auf entsprechende Prüfungen und Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus sind sie gesetzlich dazu sogar verpflichtet, eine eigene Kontaktstelle zur Bekämpfung von Betrug im medizinischen Bereich zu betreiben. Betroffene, Versicherte, aber auch Dritte können über das Internet oder auch telefonisch Verdachtsmomente melden. Natürlich auch anonym. Jeweils beim entsprechenden Unternehmen, wie zum Beispiel bei der AOK oder auch bei der Technikerkrankenkasse, findet man die Links dazu direkt auf der Webseite, um solche Fälle gleich melden zu können. Je nachdem, mit welcher kriminellen Energie vorangegangen wird und welche Personen beteiligt sind, sind Abrechnungsmanipulationen leider nicht zu 100% auszuschließen, sagte eine Sprecherin der Krankenkasse Barmer. AOK stellt 153 Mal Strafanzeige. Bei der AOK Baden-Württemberg, landesweit die größte Krankenkasse, sind im Berichtszeitraum 2020 bis 2021 exakt 653 Hinweise eingegangen. Zwei Drittel von extern, der Rest von intern. Wenn ein Anfangsverdacht auf eine strafbare Handlung besteht, unterrichten wir die Staatsanwaltschaften, so der Sprecher der Krankenkasse. 153 Mal ist bereits Strafanzeige gestellt worden. Es kommt vor, dass sich mehrere Hinweise auf denselben Fall beziehen. Bei den von der Staatsanwaltschaft verfolgten Fällen entsteht der AOK Baden-Württemberg ein Gesamtschaden in Höhe von fast 21 Millionen Euro, so der Sprecher der Krankenkasse. Beachtlich ist, dass Privatpersonen nur in 40% der Fällen beschuldigt werden. Ansonsten stehen Leistungsbringer in Verdacht, Betrug begangen zu haben. Hier seien laut des AOK-Sprechers quasi alle Bereiche betroffen, von Apotheken über die häusliche Krankenpflege bis hin zu Krankenhäusern oder sogar private Ärzte. Ein Krankentransportunternehmen habe beispielsweise gegenüber Krankenkassen ein Übermaß an Desinfektionspauschalen in Rechnung gestellt, ohne die entsprechenden Hygienemaßnahmen durchgeführt zu haben. Sprich, das Fahrzeug wurde nach der Beförderung von hochinfektiösen Patienten nicht ausreichend oder gar nicht gereinigt. Die AOK Baden-Württemberg konnte einen Großteil ihrer ursprünglichen Forderungen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro geltend machen und für die Versicherungsgemeinschaft zurückgewinnen. Auch bei der Barmer würden jedes Jahr Schäden in Millionenhöhe aufgedeckt werden, so die Sprecherin, die feststellt, dass die überwältigende Mehrheit der Leistungsbringer konkret abgerechnet werden. Da sehr wahrscheinlich nicht alle Fälle entdeckt werden, müssen wir zudem von einer nicht näher zu bestimmenden Dunkelziffer ausgehen. Ein Problem aus Sicht der AOK. Straftaten im Gesundheitswesen bereiten den Staatsanwaltschaften besondere Schwierigkeiten, da das zu beachtende Sozialversicherungsrecht sehr komplex ist und nicht nur gesetzliche, sondern auch vertragliche Vorgaben zu Leistungs- und Abrechnungsbeziehungen zu beachten sind. Dementsprechend werde schon seit mehreren Jahren von der Landespolitik gefordert, Schwerpunkt Staatsanwaltschaften für Fälle im Gesundheitswesen einzurichten, wie sie in mehreren Bundesländern bereits bestehen würde. Mit diesem Schritt könnte Expertise auf Seite der Staatsanwaltschaft aufgebaut und die Effektivität im Kampf gegen Betrug im Gesundheitswesen gesteigert werden. Der übergeordnete Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen, also GKV, mit Sitz in Berlin sagt dem fehlverhaltenen Gesundheitswesen ebenfalls den Kampf an. Denn auch der GKV betreibt eine Meldestelle. Außerdem fordert er, dass die Bundesregierung erstmals eine unabhängige kriminologische Dunkelfeldstudie durchführen lässt. Laut einer GKV-Sprecherin soll mit Hilfe der Untersuchungen in Deutschland ein umfassendes Bild vom Umfang und der Struktur des Fehlverhaltens im Gesundheitswesen aufgezeigt werden. Es ist schon dramatisch, in welchen Bereichen es überall Betrug gibt. Selbst die Krankenkassen werden beschissen und betrogen, wo es nur geht. Hier sind nicht unbedingt solche Callcenter-Betrüger dran, wie wir es hier in den anderen Videos immer wieder hören. Doch Betrug gibt es leider überall. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte, was es so für Maschen auf dem Betrugsmarkt gibt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es solche Maschen gibt und dass man sich daran definitiv nicht beteiligen sollte. Denn auch Mithilfe ist strafbar, selbst wenn sie unwissentlich ist. Habt ihr ältere Menschen in eurem Familienkreis, die weiter weg wohnen, dann informiert sie darüber, dass es Menschen gibt, die unter falschen Tatsachen über dessen Namen versuchen, an Krankenkassen heranzugelangen. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Betrug wird es am Ende hoffentlich geben. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen können, warum man so etwas tut. Allerdings gibt es nun mal die Opfer, wie in diesem Fall die Krankenkassen. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.